hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir öffnen auch heute am 13 dezember 2022 das adventskalender türchen um beginn macht der erste penny adventskalender und es kommt eine kerze zum vorschein beim zweiten penny adventskalender und jetzt was also man sieht schon einen baum das ist eindeutig ein baum so hier bei den minions den sowohl im penny als auch im aldi gehabt ich habe aus dem penny kommt jetzt was zu vorschein und das ergebnis merken auch eine kerze würde ich mal sagen bei dem kauf lernen das seht ihr ja schon da ist die 13 es kommt auch eine kerze zu vorschein bei dem häusler adventskalender kommt jetzt was also die schokolade wollte schon wieder rausfallen bei dem aldi adventskalender war ja klar dass eine kerze zu vorschein kommt und damit sage ich jetzt mal bitte like das video lassen aber da wir sehen uns dann morgen am mittwoch wo gemerkt